Was ist schief? Ja, geil. Herzlich willkommen zu dieser Folge Royal Fumble. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, und zwar eher so aus der Streaming-Perspektive. Das liegt daran, dass ich gleich auf meinen Bildschirm gucken muss. Denn, was habe ich vor? Ich mache heute ein NFL-Power-Ranking. Aber nicht so ein Power-Ranking, wie ihr das vielleicht kennt, einfach so von 32 bis 1 durch. Nein, ihr werdet mir gleich dabei zuschauen, wie ich die einzelnen Teams in 5 Kategorien, in sogenannte Tears, einordne. Und mir wahrscheinlich danach schreiben, warum ich bei eurem Team komplett daneben liege. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir haben Woche 1 hinter uns. Wir haben die Teams endlich gesehen. Wir haben nicht nur Theorie, wir haben sogar auch Praxis. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe alle Teams schon vor der Saison bewertet. in einem sehr, sehr komplizierten, ausgeklügelten Punktesystem. Für die Offense gab es Punkte, für die Defense gab es Punkte. Mit dem Coaching-Staff konnte man noch so ein paar Extra-Punkte sozusagen sammeln. Am Ende gab es eine Gesamtpunktzahl. Und die Teams, die weiter oben liegen, werden dann auch im Ranking weiter oben sein. Ich habe das jetzt nach Woche Nummer 1 leicht angepasst, sage ich mal. Natürlich gab es die ein oder andere Überraschung oder die ein oder andere Enttäuschung natürlich auch. Aber ich habe natürlich auch versucht, nicht überzureagieren. Nicht diese klassische Week-One-Over-Reaction zu machen. Es gab ein paar Veränderungen. Ja, natürlich. Vorne eher weniger, hinten schon so ein paar. Es gibt nämlich in diesem Internet einen sogenannten Tear-Maker. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ist gerade relativ in, dass man irgendwelche Dinge aus der Welt in solche Tears einordnet. Eben auf dieser Homepage. Ich habe euch den Link und hoffentlich die Vorlage, ich habe es noch nicht probiert, ob es funktioniert, aber hoffentlich auch genau diese Vorlage in die Beschreibung gepackt. Dann könnt ihr euch selber mal austoben und sagen, was ihr ganz anders seht zum Beispiel. Diese Tears kann man selber benennen. Ich habe sie folgendermaßen benannt. Es gibt die absolute Elite. Dann gibt es die sehr guten Teams, die, ja, ist okay. So eher die durchschnittlichen Teams, dann die unterdurchschnittlichen. So, naja. Und dann gibt es eine Kategorie ganz unten. Das sind die Pick-One-Contender. Die, die sich um den First-Overall-Pick für den kommenden Draft streiten werden. Hier unten seht ihr die Logos. Die sind offensichtlich relativ zufällig angeordnet. Und ich konnte kein System erkennen. Und ich werde sie hier einfach nach und nach einordnen. Und wir fangen offensichtlich an mit den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans haben sich gequält am ersten Spieltag. Ich habe sie trotzdem relativ weit oben. Sie sind bei mir tatsächlich noch in der sehr guten Kategorie. Ich finde, sie haben eine gewisse Baseline. Die Offense wird wahrscheinlich etwas abbauen. Die Defense ist stark. Sie werden aber auch nicht überragend sein. Um genau zu sein, sind die mein schlechtestes Team sozusagen in der sehr gut Kategorie. Die Miami Dolphins hatten natürlich mit den Patriots nicht das einfachste Auftaktprogramm. Sie sind tatsächlich ein bisschen bei mir geklettert, weil, ja, sie haben verloren. Ja, sie haben auch deutlich verloren. Aber ich finde, die Defense hat sich gar nicht so verkehrt angestellt. In der Offense gab es einige Probleme. Es war auch, wenn eine dezimierte Patriots-Defense, es war trotzdem noch die Patriots-Defense. Die Miami Dolphins sind bei mir in der Naja-Kategorie. Da werden, kleiner Spoiler, auch noch einige mit dazukommen. Ja, die Cleveland Browns, die haben wirklich enttäuscht. Die hatte ich relativ weit oben. Natürlich sind sie etwas gefallen. Aber ich schreibe sie nach wie vor nicht komplett ab. Ich meine, sie haben mal wieder ein neues Coaching-Staff. Es ist ganz viel neu. Das Team hat eine ganz schwache Saison hinter sich. Und sie haben vor allem in Woche Nummer 1 gegen die Baltimore Ravens gespielt. Gegen eine verdammt starke Defense. Und ja, sie sahen schlimm aus. Deswegen sind sie auch bei mir gefallen. Sind trotzdem aber noch in der, ja, ist okay-Kategorie. Jacksonville Jaguars, eine der Überraschungen des ersten Spieltags. Ich hatte sie wirklich sehr tief. Und um ganz ehrlich zu sein, ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Gartner Minshew war gut. Die Offense war gut. Die Defense war in Teilen besser als erwartet. Deswegen haben sie tatsächlich in Sachen Punkten etwas zugelegt. Aber bleiben trotzdem in der Najak-Kategorie. Ich habe sie auch noch hinter den Miami Dolphins. Die Detroit Lions waren ja schon vorher schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich habe aber mehr erwartet als das, was man am ersten Spieltag gegen die Bears gesehen hat. Nachdem sie eigentlich das komplette Spiel überdominiert haben. Und am Ende dann doch noch eingebrochen sind und verloren haben. Und deswegen sind sie bei mir auch ein gutes Stück gesunken in der Bewertung. Sie sind in der Najak-Kategorie gelandet, aber vor den anderen beiden Teams, die da schon drin sind. Auf jeden Fall knapp an der Grenze zu Isoke. Auch die Minnesota Vikings sind ein Team, die am ersten Spieltag in meinen Augen alles andere als überzeugt haben. Sie landen bei mir im Mittelfeld. Ziemlich genau im Mittelfeld, um genau zu sein. Bei Isoke knapp vor den Cleveland Browns. Die Tampa Bay Buccaneers gehören nach wie vor, wie ich finde, zu einem der besten Teams der NFL. Auch wenn man das nur in Teilen am ersten Spieltag gesehen hat. Allerdings haben sie auch gegen ein noch besseres Team, wie ich finde, gespielt. Mit den Saints. Und die Defense hat sich ja auch gar nicht so verkehrt angestellt. In der Offense ist aber noch Sand im Getriebe. Was natürlich auch verständlich ist. Mit einem komplett neuen Quarterback. Gerade mit dem Coach, da muss man sich ein bisschen anpassen. Dass das noch nicht alles rund läuft. War eigentlich zu erwarten. Ich habe sie trotzdem in der sehr gut Kategorie. Und auch noch vor den Titans. Die Niederlage der 49ers gegen die Cardinals war für viele eine Überraschung. Für mich eher weniger. Die 49ers sind dezimiert gewesen. Haben schon wieder die ein oder andere Verletzung. Ich habe tatsächlich auf die Cardinals getippt. Glaube aber trotzdem, dass die 49ers eins der besten Teams nach wie vor in der NFL sind. Sie sind vielleicht in der Gesamtpunktzahl so ein bisschen abgerutscht. Aber trotzdem nach wie vor in der sehr gut Kategorie. Und auch noch vor den Bucks und den Titans. Oh boy, die Falcons. Die Falcons. Ja, die hatte ich vorher, vor der Saison, so im Mittelmaß. Aber das, was man jetzt von der Defense gesehen hat gegen die Seahawks. Das war nicht so berauschend. Die Offense war, wie zu erwarten, okay. Ich habe sie tatsächlich nur in der Naja-Kategorie. Aber, um ganz ehrlich zu sein, als erstes Team unter der durchschnittlichen Kategorie. Aber sie rutschen für mich nach der Week-1-Performance tatsächlich in die eher unterdurchschnittliche Kategorie ab. Baltimore Ravens war zu erwarten, dass die richtig gut sind. Wie gut hat man jetzt in Teilen gegen die Browns gesehen. Gerade die Defense echt noch ein Stück besser als erwartet. In der Offense funktioniert einiges wieder sehr, sehr gut. Eins der wenigen Teams, das ich in der Elite-Kategorie habe. Ja, die Bears haben sich wahnsinnig gut zurückgekämpft im vierten Viertel. Das Spiel gegen die Lions gedreht. Trotzdem, Mitch Trubisky war drei Viertel lang wirklich absolut unterdurchschnittlich. Hat dann ein paar Bälle rausgezaubert im vierten Viertel. Die Bears bleiben trotzdem für mich ein unterdurchschnittliches Team. Ich habe sie in der Naja-Kategorie knapp noch vor den Dolphins. Die Cincinnati Bengals hatte man vor der Saison und hatte ich auch sehr tief. Ich bin ganz ehrlich, sie bleiben auch erstmal da. Wir haben sehr gute Ansätze von Joe Burrow und der Offense gesehen. Die Defense hat sich wacker geschlagen. Trotzdem, das müssen sie dann für mich auch erstmal bestätigen. Sie bleiben in der unterdurchschnittlichen Kategorie und vor den Jaguars. Natürlich waren die Dallas Cowboys eine der Enttäuschungen des ersten Spieltags. Auch für mich, weil ich deutlich mehr erwartet habe. Da stottert es noch gewaltig. Auch in der Offense. So eigentlich auf beiden Seiten des Balls. In der Offense und in der Defense. Aber auch hier würde ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen. Es ist ein neuer Headcoach. Das muss ich auch erstmal einspielen, das Ganze. Ja, ich habe sie tatsächlich noch ziemlich weit oben. Sie sind allerdings ein bisschen gefallen. Sie bleiben in der sehr guten Kategorie. Ich habe sie auf der 6, also hinter den 49ers. Die Texans hatten ein unglaublich schweres Auftaktprogramm in Woche 1 gegen den amtierenden Super Bowl Champion. Da darf man nicht überreagieren. Trotzdem haben sie, wie ich finde, enttäuscht. Gerade in der Offense. Das lag jetzt nicht unbedingt am Spielermaterial, sondern auch das Playcalling war mal wieder nicht wirklich rund. Und die Texans rutschen für mich nochmal ein Stück weiter ab, sind jetzt wirklich im absoluten Mittelfeld angekommen. Ich habe sie in der Ist-OK-Kategorie, aber da dann doch noch vor den Vikings und den Browns auf jeden Fall. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Bei denen war ich ja vor der Saison schon ein gutes Stück niedriger und pessimistischer als manch anderer, als Adrian zum Beispiel auch. Und ich finde, sie haben jetzt auch nicht gerade das Gegenteil bewiesen in Woche Nummer 1. Ich wurde jetzt nicht überzeugt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber für mich bleiben sie am unteren Ende der Ist-OK-Kategorie. Also klar, die haben das Potenzial, sich noch zu steigern, denn auch hier mit einem neuen Quarterback muss sich das Ganze erstmal finden. Aber Stand jetzt und mit ein bisschen Ausblick, na doch hier, ehrlich gesagt. Die LA Rams waren wirklich eine positive Überraschung. Und das ist auch so ein Grund für mich, warum ich die Cowboys nicht wahnsinnig viel tiefer gesetzt habe jetzt. Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder waren die Cowboys wirklich enttäuschend oder wir haben die Rams ein bisschen unterschätzt. Deswegen sind sie für mich geklettert, aber sie bleiben noch in der durchschnittlichen Region. Aber da wirklich ganz vorne mit dabei so Borderline zur nächst besseren Kategorie, würde ich mal sagen. Die LA Chargers, so ein bisschen Licht und Schatten, weil die Offense macht wirklich Grund zur Sorge. Die Defense ist aber echt gut. Gerade der Pass-Rush, aber das konnte man so erwarten. Trotzdem die Offense mit Tyra Taylor. Boah, da kam echt nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte sie schon nicht besonders hoch, aber klettern konnten sie jetzt auf keinen Fall. Die sind wirklich so gerade eben noch in der Ist-OK-Kategorie für mich. Aber bis zu den Falcons fehlt da ehrlich gesagt nicht mehr viel. Bei den Chiefs kann ich es, glaube ich, kurz machen. Die haben überzeugt in Woche Nummer 1, waren eh schon eins der 1, 2, 3 besten Teams der NFL. Für viele das beste Team der NFL und natürlich auch vollkommen zu Recht. Gegen die Texans war es ein leichter Sieg und wahrscheinlich auch noch mit angezogener Handbremse. Ich glaube, die haben noch nicht ihre wahre Stärke gezeigt. Natürlich Elite, natürlich auch noch vor den Ravens. Und das nächste Elite-Team gleich hinterher, die Saints. Ich hatte sie vor der Saison, einfach weil sie insgesamt, glaube ich, das komplettere Team sind. Und ich mache mir nach wie vor so ein bisschen Sorgen bei der Chiefs-Defense. Das hat sie für mich hinter die Saints fallen lassen. Aber ich kann euch sagen, ich werde jetzt die Saints nicht von 1 auf 2 setzen nach einer Woche. Ich muss schon irgendwie mit meinem Bauchgefühl nach wie vor gehen. Aber die sind wirklich auf Augenhöhe. Also wie man die beiden jetzt hier hinsetzt, das ist eigentlich ehrlich gesagt... Also die meisten werden die Chiefs vorne haben. Ich habe wegen des besseren Gesamtpakets die Saints vorne. Und gerade die Saints-Defense ist für mich eine, wenn nicht vielleicht sogar die Beste der NFL aktuell. Vom oberen Ende zum unteren Ende zu den New York Giants. Da habe ich schon vor der Saison nicht viel erwartet. Und so richtig Grund zur Hoffnung habe ich nicht gesehen. Es tut mir leid, Giants-Fans. Ich würde euch gerne höher einstufen. Sie entgehen noch so gerade der untersten Kategorie. Da muss dann schon von der Offense und auch von der Defense, und gerade da mache ich mir Sorgen, da muss dann schon insgesamt mehr kommen. Die armen Eagles-Fans, die tun mir wirklich leid. Also vor ein paar Wochen in der Off-Season hatte man noch auf dem Papier eines der ausgeglichensten Teams der ganzen Liga, das wirklich vorne mitspielen kann. Aber jetzt schon wieder so viele Verletzungen. Und dazu natürlich auch noch ein schwacher Auftritt in Woche Nummer 1. Die Eagles sind natürlich ein bisschen abgerutscht, halten sich aber noch im Mittelfeld. Ich habe sie in der durchschnittlichen Kategorie auf Platz 15, also ziemlich mittig, aber hinter den Rams. Bei den Steelers hat man richtig gemerkt, gerade in der Offense, die müssen erstmal reinkommen. Big Ben nach langer Verletzungspause war wohl auch ein bisschen nervös, wie er glaube ich selber auch zugegeben hat. Und das hat man natürlich auch gesehen, aber die Defense war sofort da. Was die Defense gerade gegen den Run gegen die Giants gemacht hat, war unfassbar. Deswegen sind die Steelers auf jeden Fall für mich ein richtig gutes Team. Eher am unteren Ende dieser Gruppe. Ich habe sie jetzt direkt vor den Titans. Komm, geh hier rein. Die Denver Broncos sind auch noch so ein Team, was mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Ja, Woche 1 war irgendwie so fast so ein bisschen das, was ich von den Broncos erwartet habe. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und das auf beiden Seiten des Balles. Ja, die sind noch so gerade eben in der Ist-OK-Kategorie. Ihr merkt, ist-OK und naja, da werden am Ende die meisten Teams drin landen. Aber ich glaube, das wird bei jedem von euch auch so sein. Oh, und ich sehe gerade, ich habe sie tatsächlich noch vor dem Division-Konkurrenten, noch vor den Chargers. Hauchdünn. Die leichte Tendenz, gerade die bessere Offense mit den Waffen, die sie haben, lässt sie für mich vor die Chargers klettern. Ich habe letzte Woche im Podcast gesagt, auch wenn wir die Off-Season der Packers kritisieren, bedeutet das nicht, dass die Packers kein gutes Team sind. Die waren letztes Jahr schon ein gutes Team und ich glaube, sie werden auch dieses Jahr wieder vorne mitspielen. Gar keine Frage, Woche Nummer 1 war ein richtig starker Auftritt. Ich habe sie tatsächlich in der sehr guten Kategorie und sogar auf Platz 7. Das bedeutet, noch vor diesen Teams knapp hinter den Cowboys. Die Carolina Panthers waren für mich ja so ein Bauchgefühl-Team, von vielen abgeschrieben. Ich habe gesagt, die können für die ein oder andere Überraschung sorgen. Und ich fand auch, das war schon eine positive Überraschung in Woche Nummer 1 gegen die Raiders. Sie haben dann am Ende verloren, aber es war knapp. Und vor allem die Offense, da gab es echt schon so ein paar gute Ansätze. Sie klettern für mich ein bisschen, bleiben aber immer noch in der unterdurchschnittlichen Abteilung, gerade wegen ihrer eigenen Defense. Und ich habe auch nicht so richtig das Gefühl, dass ich das ändern könnte, beziehungsweise es gibt wenig Argumente dafür. Ja, ich habe sie intuitiv hier schon an die richtige Stelle für mich gepackt. Ich habe sie auf 25 also genau hier. Und die Raiders, die Las Vegas Raiders haben sich schwergetan mit den Panthers, die wir gerade eingeordnet haben. Ja, was soll man mit denen machen? Ich glaube, sie können offensiv noch ein bisschen mehr. Die Defense ist irgendwie der Klotz am Bein. Ich habe sie, wie viele andere Teams auch, in der Ist-OK-Abteilung vor den beiden Division-Konkurrenten und auch noch vor den Colts. Ich finde, da sind sie ganz gut aufgehoben aktuell. Hier natürlich noch nicht aktualisiert das Logo vom Washington Football Team. Das tut mir leid. Ich habe die Logos nicht ausgesucht. Das ist schon so als Vorlage drin. Falls ihr das jetzt schon längst in die Kommentare gehackt habt, ich kann nichts dafür. Ja, also das ist das alte Logo. Es ist das Washington Football Team. Und das Washington Football Team war echt eine Überraschung am ersten Spieltag. Die hatte ich vor der Saison noch etwas tiefer. Sie haben ein paar Plätze gut gemacht, bleiben trotzdem erstmal noch in der unterdurchschnittlichen Abteilung. Ich habe sie knapp hinter den Panthers. Die Arizona Cardinals, da war ich schon vor der Saison sehr optimistisch, gerade was die Offense angeht. Es war nicht alles toll gegen die 49ers, aber es war gut genug, um ein Team, ein Team, was letztes Jahr noch im Superbowl stand, zu schlagen. Und die Cardinals, gerade mit ihrer Offense, die Henry Hopkins ist so ein X-Faktor in dieser Offense. Und auch die Defense, ja, die hatte ihre Probleme. Aber ich glaube, da gibt es noch eine positive Entwicklung. Ich habe die Cardinals im durchschnittlichen Bereich. Und zwar auf Platz 14. Das bedeutet aktuell hier. Die Buffalo Bills mausern sich echt zu einem meiner Favorite Teams. Beziehungsweise, ich habe sie ja schon vor der Saison so als kleinen Sleeper-Kandidaten für den Superbowl auf dem Zettel gehabt. Und habe auch eine entsprechende Boat-Prediction dazu abgegeben. Die Bills haben auch in Woche Nummer 1, auch wenn es gegen die Jets war, einen guten Eindruck gemacht. Ja, Josh Allen ist ein bisschen Genie und Wahnsinn in einer Person, gar keine Frage. Aber gerade die Defense, die mag ich wirklich sehr. Für mich ein sehr gutes Team. Und ich habe sie sogar noch vor den Steelers und den Titans. Die letzten drei Teams. Wir hätten da die Seahawks und die waren ja auch schon vor dem Start der Saison weit oben dabei. Und dann haben wir wirklich eine richtig gute erste Woche gesehen. Gerade von Russell Wilson, der erstaunlich viel passen durfte. Und auch die Defense mit Jamal Adams, der da wirklich jetzt schon ganz, ganz wichtig und kaum wegzudenken ist nach einer Woche, wo gemerkt, die Seahawks haben sich echt nochmal verbessert für mich. Ein sehr gutes Team. Und ich finde, in der Kategorie könnte man sie sogar vor die 49ers setzen. Damit tue ich mich noch fast ein bisschen schwer. Ich habe sie direkt dahinter. Und jetzt zu den Jets. Die Jets waren schon vor Wochen mein Nummer 1 Kandidat für den First Overall Pick. Und was wir dann in Woche 1 gesehen haben, hat das Ganze eigentlich nur bekräftigt. Und deshalb sind die Jets für mich tatsächlich das einzige Team in dieser untersten Kategorie, für mich der absolute Top-Favorit momentan auf den ersten Pick nächstes Jahr. Also die Offense war schwach. Die Defense war schwach. Das Coach... Also ich kann... Ich finde leider momentan wenig Positives bei den Jets. Es tut mir wirklich leid. Und das letzte Team sind die New England Patriots, die mit Cam Newton einen guten Eindruck gemacht haben. Wie ich finde auch einen besseren, als man erwartet hat. Waren für mich aber auch irgendwie die Baltimore Ravens in langsam. Ja, das hat sehr gut funktioniert in Woche 1, aber es waren halt auch die Dolphins. Und ich fand es jetzt auch nicht durch die Bank weg überzeugend. Gerade im Passing-Game kam relativ wenig. Ja gut, was machen wir jetzt mit den Patriots? Sie waren für mich ein durchschnittliches Team. Sind sie auch immer noch im durchschnittlichen Bereich? Haben sie sich schon ein bisschen verbessert? Ich habe der Offense einen Punkt mehr jetzt gegeben, nach den Eindrücken des ersten Spiels. Sie sind für mich tatsächlich hier am oberen Ende hinter den Rams. Das waren sie auch schon. Alle 32 Teams eingeordnet in fünf verschiedene Kategorien und jeweils dann noch innerhalb der Kategorien. Also im Grunde ist es ein Tier-based NFL Power Ranking nach Woche Nummer 1. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ich komplett daneben liege. Wo ihr sagt, was machst du da? Was ist das? Was soll das? Das stimmt vorne und hinten nicht. Vielleicht schreibt ihr aber auch, hätte ich ganz genauso gemacht. Hab nichts auszusetzen. Ich habe euch den Link in die Beschreibung gehaut. Dann könnt ihr das Ganze selber mal durchspielen. Schickt mir gerne Screenshots bei Twitter oder Instagram, ganz egal. Abonniert den Downset Talk YouTube Channel. Gerne auch einen Daumen nach oben für das Video da lassen. Und dann hören wir uns diese Woche im Podcast schon wieder am Donnerstag mit den Previews auf Woche Nummer 2.